Okay, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge. Ich kann jetzt nicht da hin. Ja, ich will mir das immer ansehen. Oh, okay. What the fuck? Okay, und wo ist das, wo ich hingehen soll? Ah, das ist der Planet, den ich besuchen soll. One Piece. Shanks, hey. Shopper, hey. Hey. Das macht... Meri... Was? Da... Hm. Point Match. Kooplings, okay. Ähm. Ich muss jetzt mit denen kämpfen, oder? Ja, okay. What the fuck? Ich kacke hier richtig schon rein. Hall runter. Weißt du was? Komm. Ich hab keine Chance gegen euch. Was ist das? Oh, scheiße. Ist klar, dass ich das Gift nehme. Nein, meins. Egal was es war. Du, innen da Hund. Juhu. Komm mal, komm mal hierher. Komm mal hierher. What the fuck? Ich will mal mit einer Rassengun mal irgendwie treffen. Hast du gewonnen? Ähm. Hab ich das jetzt geschafft? Ich will jetzt nochmal... Ich will jetzt nochmal... hinzufügen. Äh. Nein. Äh. Ja. Wieso New? Ich will jemanden da reinfügen. Komm her, du kleiner Homo. Obwohl wir beide gleich sind. Wie hab ich das jetzt gerade geschafft? What the fuck? Jetzt wie... Ah. Wo bist du Zorro? So. So. Jetzt ist Rassengun. So. Äh. Du. Sanji. Sanji. Nein. Ich will auch. Hier. Chris kann ja mehr. Ach. K. Klasse. Meins. Egal was ich habe. Meins. Ich habe verloren. Egal. Ich mache nicht alles 100%. Nee. Äh. G-Symbol. Okay. Okay. Was hat das... Hä? Ah, meins. Fahrt zur Hölle. Zorro. Nein. Ich bin der Kapitän. Ich habe dir eine Idee. Chopper. Nein. Was war das denn? Wie habe ich das gerade hingemacht? Hier. Hier, frisst Asenganen oder so. Schnoobie. Yeah. Ah, nee. Ich will den Nackenkörper nicht sehen. Gleich später. Ich finde, ich komme irgendwie mit Naruto besser, klar. Ähm, wer ist das? Das ist Robin, oder? Hier, du selbst den. Fucking. Ah, klasse, jetzt ist die Stollen noch beschissen. Ah. Meins. Alles meins. Fress Rasingando-Humor. Hier. Ich weiß nicht gerade, was ich mache, egal. Ich weiß nicht, was ich da gerade gemacht habe, aber ich bin gut. Anscheinend. Leco mio. Hab ich gewonnen? Ja, ich habe irgendwie gewonnen. Ich habe Sanji freigeschaltet. Klasse. Keine Ahnung, Leute. Fragt mich nicht, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Äh, Treasure Hunt. Okay, ich muss am meisten... Kann ich jetzt irgendwie was Neues dazu tun? Klasse. Klasse. Okay. Alles meins. Alles meins. Nami, nein. Böse Nami. Du kannst diese Truhe holen, ich hole mir die hier. Alles meins. Hier, frisst Bazooka und alles Mögliche. So, macht sie nichts? Das kommen mir alle zu merkwürdig vor. Ist sie hochgeschlagen, oder? Hab ich jetzt gewonnen? Ja, oder? Okay. Ah, ich will neue Charaktere immer... Jetzt hab ich nichts Neues bekommen. Ähm... Was jetzt? Okay, sehen uns mal das hier an. Black Cat? Kenn ich gar nicht. Black Cat. Black Cat. Das sieht irgendwie hammer aus. Okay. G-Song war es. Ähm... Habe ich irgendwas gerade gemacht, dass es irgendwie eine bedeutende Rolle hatte? Ah, okay. Ich kann dir Zorro hinzufügen. Und Sanji... Zu Zorro. Verdammt. Habe ich jetzt das gerade dingelisch gemacht. Ähm... Hier kommt dann Naruto. Hier kommt dann Naruto. Ob ich so, wie der irgendwie reintun kann. Bitte. Ähm... Keine Ahnung, was der Buchstaben da steht. Das ist alles gleich für mich. Wtf? Ich hab keine Ahnung, was da steht. Ähm... Okay, nochmal. Äh... Klasse. Sanji. Du kommst auch rein. Und was jetzt? Habe ich noch welche Charaktere? Anscheinend nicht. Ich hier speichern. So, jetzt hab ich ein neues Team. Mal gucken, wie das ist jetzt. Was ist das denn? Oh! Das kämpft doch gegenseitig. Ach so, so einer bist du. Bananen. Und Tornschuhe. Yeah! Der war heftig. Ein K.O. Okay, ich darf die nicht unterschätzen. Das ist vielleicht schon... Ah, das war faulte Fisch gewesen. Nein, du nicht. Keine Ahnung, was ich mach, aber es macht Spaß. Komm her. Ich will mal ne Rute haben. Hallo? Fahr zur Hölle. Okay, geiler Cake, aber... Äh, hat sie jetzt nicht so viel gebracht? What the fuck? Meins. Ich habe... Äh... Koma Twain habe ich bekommen. Boni hier, die ich da gerade bekommen habe, heftig. Coinschaser. Okay. Ähm... Ich glaube, ich fiege mal diesen Koma mal dazu. So, du gehörst jetzt zu meiner Truppe. Ohne Widerröder. Speichern. Ja, ich will den Speichern. Dann. So, weiter geht's. Ah, da... Und los geht's mit der Kacke. Wenn einer sich mit Black Cat auskennt, kann mir einer ja schreiben. Ah, diesmal ist es einer, die... So, alles meins. Soll ich nicht die... Äh... Münzen aufzammeln, oder... Check ich da gerade was... Äh... Oder mache ich da gerade etwas falsch? Ich weiß es nicht. Truhen? Truhen? Wem gefällt mir dieser Karte? Keine Ahnung. Klasse. Okay, ich hab noch ein paar Münzen aufgesammelt. Vielleicht bringt es ja was. Ich hab Sven, äh... Freigeschaltet. Okay. Hä, wieso geht's hier nicht weiter? Okay, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es weitergeht mit Jump Ultimate Stars.